Ist die Physis wichtig für Spetanke? Nicht die Physik, Mademoiselle, ich spreche über die physische Kondition. Warum müssen wir eine gute körperliche Fitness für unser Spiel haben? Nun, ihr seid sicher den ganzen Tag lang auf den Beinen und geht dabei gut 10.000 Schritt. Dabei werft ihr etliche Kilo Stahl, das ermüdet und zerrt an eure Kraft. Also, was rate ich euch, um fürs Betonspielen in guter körperlicher Verfassung zu sein? Ganz einfach, geht von Zeit zu Zeit joggen, fahrt Fahrrad, um die Beine zu kräftigen und ernährt euch, ausgewogen. Trinkt viel Wasser, auch wenn es nicht heiß ist, damit euer Körper gut regenerieren kann. Ich gehe jetzt laufen. Auf geht's zur nächsten Runde.